Der Staat soll endlich einmal bei sich selbst sparen, bevor er an neue Steuern denkt. Herr Dr. Fuchs, in Österreich trägt die Mittelschicht traditionell eine relativ hohe Steuerlast, während sehr vermögende Personen eher gering besteuert werden. Deswegen wird von vielen Seiten die Einführung einer Vermögensteuer gefordert. Wie ist die Position der FPÖ dazu? Ein ganz klares Nein zu neuen Steuern. Wir sind im internationalen Umfeld mit einer Abgabenquote von 44,4 Prozent im Jahr 2015 im Spitzenfeld der Hochsteuerländer. Das heißt, fast jeder zweite Euro ist im Jahr 2015 an den Staat geflossen. Das heißt, wir haben nicht ein Einnahmenproblem, wir haben ein Ausgabenproblem. Der Staat soll endlich einmal bei sich selbst sparen, bevor er an neue Steuern denkt. Nur durch eine massive Reduktion der Ausgaben können wir den Mittelstand und ich zähle dazu auch die kleinen und die mittleren Unternehmen massiv entlasten. Und ich schau's dann auch die